Es ist Super Mario Land 3 Vario Land, Let's Play Super Mario Land 3 Vario Land, das ist ein Let's Play, oh mein Gott. Oh, dieser Gegner ist so schwulig aus dem Gegner, er wirft so komisch, ich will die, die muss man dann, oh mein Gott, packen, okay, oh, ja, das ist das Problem, der wirft die wirklich, dass du den halt nicht angreifen kannst, weil der die dann genau dann wirft, wenn du so ein Teil hast, in der Hand, also. Bäm, ja, und das ist der vierte Anschlag, und wir haben die Musik, oh mein Gott, das ging voll einfach, ich hatte den hier schwer in Erinnerung, das Kind habe ich den nie geschafft, äh, ich bin reich, oh nee, die wollte ich noch 10, okay, ja, egal, oh, 164, das ist sicher ein neuer Rekord, okay, gehen wir mal rein, äh, das kann ich schon, okay, rechts, oh nee, komm, komm mal hier nochmal rechts, ich mag rechts, nee, Quatsch, okay, komm, Ja, okay, was sollen wir wählen, okay, ich hab noch gar nicht die Stoppe gestattet, okay, ich mach jetzt einfach 9 Minuten, ich hab sicher nicht länger als eine Minute gebraucht für diesen Scheiß, okay, ja, genau, so will ich's haben. Weehoo, das ist cool, 328, oh mein Gott, nee, der Rekord ist, glaube ich, 400 und irgendwas, und schaut euch die Schätze an, oh mein Gott, ich liebe sie, ha, 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 ich hatte, glaube ich, noch nie so viel, schaut euch die Schätze an, oh mein Gott, ey, wir haben voll viel Geld jetzt, 2500, 600, 700, komm schon, 700, oh, fast, ja, ha, ha, und jetzt schießt ihr uns die Kanone da hoch, ja, genau, und man kann nicht mehr zurück, Ja, ja, seht ihr, ich kann hier nicht mehr zurück, es kommt kein Pfeil mehr, ich kann hier unten drücken, ich komm nicht mehr zurück, okay, und hier kommt, oh, Parsleywoods, ich mag dieses, diese Welt nicht, um ehrlich zu sein, nee, ich mag sie wirklich nicht, äh, komm, aber wir werden sie trotzdem möchten, ich könnte jetzt hier alles grün möchten, das ist auch, okay, das wollte ich eigentlich gar nicht, ich hab lieber die, die Hasen vor mir, okay, komm, du scheiß, Stackelteil. Ja, haha, du bist dumm, ja, ich find das so geil, dass ein Mario einfach geistig ist, Mario kann das nicht, okay, ich muss hier runter, tue ich. Ein Leben war das, oder was? Ich mag diese Steine, nicht diesen Sohn, du bist. Nein, was war das? Oh mein Gott, ja, geht gut. Gehen wir mal hier den Rest durch, okay, ja, das ist sehr offensichtlich. Dass da zwei Wege waren, okay, höre ich mir da oben, vielleicht ist da ein Schatz, man weiß es nicht, oh, okay, das ist ein Geist. Ja, warum sehe ich den? Oh, komm, geh weg, oh man, ich hasse dich, geh weg. Das ist ein Arschloch, Geist. So, hoffentlich fällt mir hier kein Stein auf dem Kopf, okay, doch nicht. Oh, lass den Power drin sein, ja, danke. Das ist hier der Checkpoint, ich glaub, hier ist ein Checkpoint. Ja, hier kommen die Checkpoints, also ich, ja, das ist der Checkpoint. Ja, okay, machen wir mal. Ich weiß nicht, was auf uns wartet, darum muss ich das jetzt mal. Mein Gott, ich hab so Angst. Voll die Wasserlevelmusik, dabei ist es voll das Wildlevel. Hier kommt schon wieder einer, ich seh es kommen, doch nicht, okay, dann wird hier. Oh mein Gott, die kommen da runter. Geht mir viel zu lang. Ist hier nichts, okay, da ist ein Geist. Äh, komm. Ja, die macht sich unsichtbar, die Schweine. Okay, Hasen, cool. Komm, komm, komm. Du, 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 du. Okay, hier oben ist sicherlich irgendwas, okay. Äh, pff, scheiß auf Herzen, ich hab noch genug Leben. 23. Ja, wenn man eigentlich Game Over geht, verliert man alle Schätze, also ja, ist das schon ziemlich. Oh mein Gott. Harte Strafe. Harte Strafe ist... Okay, hier, BAM! Können wir endlich weiter? Ich glaub, hier war kein Schatz drin. Oder? Okay, ja, nee, hier ist ein Schatz, aber dann muss man erst Level 32 machen, um ihn zu kriegen. Jo. Weil Level 32 gibt's einen Schalter, glaub ich, wieder. Ja, da gibt's immer einen Schalter. Ich mag dieses Level, das ist cool, das ist das Level mit mir. Okay, das will ich nicht. Ich glaub, ich kann ja auch ohne dieses Scheißteil hier hoch. Können wir euch. Weil ich hab ja die Hasenwahn, ich hab ja fast hier, wie die Schluchel springen und so, ja. Das macht das nicht, sondern ich will jetzt. Aber sie passt irgendwie nicht zu jedem Level. Okay, ich will schauen, was da hin. Kann das? Okay, dein Herz, ja, ja, egal. Warum machen die sich eigentlich Mühe, so im Herzen so ganz gut zu verstecken? Die sind eigentlich voll gar nicht wichtig im Spiel. Vor allem, weil die nur 10 geben, wenn es zu ein Ding wäre. Wenn sie zu ein... Ein One-Up wäre oder so. Wenn sie zu ein ganzes One-Up und nicht nur so 10 Prozent von einem One-Up, dann wäre es ja verständlich. Aber es ist nur ein Herz. Ich meine, man muss 10 von diesen Viechern sammeln, um ein Leben zu kriegen. Das lohnt sich nicht mehr. Okay, da müssen wir ihn ganz schnell durch, weil hier sind voll viele Minen. Komm, schneller, schneller. Wieder lose deine Hände. Okay, hier sind Schalter. Batch! Das war's, das war das Level. Okay, cool. Ui! Und wir haben nur noch vier Minen. Okay, jetzt geht das Wasser. Kann man jetzt da runter? Nee, Batch. Kann man da runter? Dann werde ich jetzt hassen, wenn man jetzt da runter kann. Dann habe ich jetzt die ganzen Schätze für nichts eingesammelt. Naja, dann habe ich sie halt. Ich glaube, ich kann jetzt da runter. Oh mein Gott. Ja, mach ich hin, aber das geht mir viel zu lange. Jetzt kann ich, glaube ich, zurück zu Level 31. Okay, kann ich... Ich will schauen, ob ich da runter jetzt kann. Oh, komm, geh zurück. Kann ich jetzt runter? Oh Mann, ich kann jetzt da runter. Ohne Scheiß, ne? Oh mein Gott. Ey, wie behindert. Dann hätte ich das... Ja, egal, dann habe ich die Schätze schon und... Ja. Hm, 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 dann habe ich das gemascht. Okay. Ah, coole neue Musik. Irgendwie voll die coole Musik, ey. Voll das coole Level. Ich liebe es. Ah ja, ich weiß welches Level. Das ist voll cool. Das ist das mit dem Zug. Das ist mein Liebungslevel. Ich liebe es. Ah, das ist so cool. Jetzt bewegt sich der Zug. Seht ihr das? Habt ihr gesehen? Oh mein Gott, das bewegt sich. Wir sind mit dem Zug. Oh mein Gott, du stirbst. Ah nein, ich wollte nicht springen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man jetzt hier der Zug rausgeht. Okay, jetzt bewegt sich der Zug, seht ihr? Und man muss sich beeilen, wenn man es nicht... Weil man es ist zackferschwärtschwert und so. Okay, jetzt muss man hier auf das 3, oder? Oh, ich liebe es. Und hier ist voll schwer und voll gar nicht an... Oh mein Gott! Oh Mann! Oh, wie... Oh... 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 Wie hab ich das geschafft? Oh mein Gott. Ich glaub's nicht. Ich hatte... Ich hatte Hasenohren. Ich mein... Oh mein Gott. Naja, egal. Oh, ich muss schauen, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, das reicht. Oh mein Gott, 20% Batterie. Blablabla. Das interessiert mich nicht. Okay, ja, das kann ich gut machen. Ich kann hier smashen. Komm, geh da rein. Es geht nicht viel zu. Okay, bewegt dich so. Bewegt dich! Oh, komm. Ich kann hier nicht springen, wenn das... Wenn ich der Zug so bewege. Okay, Hasenohren. Ich will Hasenohren. Ich will Hasenohren. Ich will Hasenohren. Du-du-du-du-du-du-du. Ich will Hasenohren nehmen. Und dann kann ich hier warten. Warten und warten. Warten und warten. Warten und warten und warten. Warten und warten und warten. Und ich kann wohl ein Spam kann nicht gehen. Das ist voll der Cheater bin ich. Scheiße. Äh, ja, jetzt kann ich es irgendwie nicht mehr. Okay, jetzt warte ich hier drauf. Äh, ja, das ist voll spannend. Du. Du-du-du-du. Du-du-du. 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 Bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh. Boah, sterb doch endlich. Oh mein Gott, jetzt kann ich hier wieder rein. Und dann bewegt sich das halt nicht mehr. Äh, soll ich das machen? Ich weiß nicht. Vielleicht mach ich's ja immer so. Mach ich wieder so ein Fail. Vorhin, oh mein Gott, ich will nicht die paar komische Mütze haben. Ich will lieber hier haben. Hasenohren. Ich sag dem Hasenohren, aber eigentlich heißt es Chatmütze. Oh mein Gott, ich bin zu früh da drauf gesprungen. Jetzt kann ich hier voll nicht... Oh nein, komm, geh weg. Ah! Ja, zum Glück hab ich jetzt ein Half-Ding. Okay, man. Mir geht die Zeit aus. Ich glaub ich mach hier Schluss. Ich weiß grad nicht. Okay, ich mach hier noch... Ich versuch's nochmal. Aber diesmal nehm ich hier... Okay, nee. Nee, das reicht nicht mehr. Okay. Ähm... Ich... Viel Spaß... Es tut mir leid, dass ich jetzt hier unterbrechen muss, aber ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!